Es sind doch alles noch mehr Viecher, die schlafen alle wahrscheinlich, wa? Was ist das denn? Ist das doch dasselbe wie ich? Meinst du, dass du Kokon musst? Ja. Dann denke ich dasselbe wie du. Wenn das ein Kokon ist, ist das riesige Ding, was kommt denn da für ein riesiges Tier raus? Ich glaube wir werden gleich alle wach. Was wollen die beiden dagegen den machen? Kokon zerstören? Wir sollten vielleicht auf jeden Fall auch passen wo wir jetzt hintreten. Upsi. Einmal kurz gegangen, ja. Ja. Ich glaube das müsste passieren, wa? Ja. Jetzt kommen sie alle. Scheiße. Na, jetzt muss man gut schießen können. Oh Gott, das ist ein Knall. Ja. Ich hab da was für dich! Aha! Ja. Nein! 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 Das ist besser. Das ist besser. Aber ohnehin. Scheiße. Ich gebe Deckung! Los! Schon wieder. Hier ist er. Nein! 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 Der ist sogar wieder so ein Tisch. Das ist wie ein Schreibtisch. Einfach so random Schreibtisch. Passt gar nicht hin. Vor allem mit einer Pinnwand. Sitzt da einer mal Homeoffice. Der D-90 sitzt ja mal, pass auf. Ja genau. Ich dachte, du wärst tot. Noch nicht ganz. Können! Sie leben! Durch den Tunnel zu kriechen, war wirklich mehr als unangenehm. Schön, sie wiederzusehen. Oh Gott, gleich öfter schiel sie von hierüber. Oh Gott. Ich dachte schon. Gut, dass du hier bist, Mann. Dieser Ort. Also ich geh erstmal zum Schreibtisch. Genau. Der ruft so nach mir. Erstmal zocken, ne? Was ist das hier? Also wie so ein Opfergrabenraum. Ein Plan muss her. Wir machen die Bieste fertig und hauen ab. Guter Plan. Sergeant K, was haben wir noch? Wir haben, äh... Acht Magazine 556 FMJ, 3x40mm Explosivschuss, 2 9mm Pistolen und 4 Magazine. Das sollte passen. Oh, und ein Block. Komposition C4. Es reicht einfach nicht. Und wir haben das hier. Ist alt. Unberechenbar. Es muss eben reichen. Muss halt versuchen. Mann. Keine Lunden. Aber wir können sie mit dem C4 hochjagen. Hoffen wir, sie ballern noch gut. Sehr gut, Sherlock. Ihr habt die ganzen Dinger gesehen. Da könnten Tausende drin sein. Oder einer, ein ganz großer. Hm. Das ist ja krass. Machen wir es so, Sergeant? Hurra. Du bist sowieso noch dran heute. Ich lasse nicht zu, dass er eine Waffe hat. Da sind wir schon drüber hinaus, Ma'am. Wir kämpfen gemeinsam. Unsere Forscherkumpel waren wohl auch hier. Wir sollten uns besser nach etwas umsehen. Ich geh zum Schreibtisch. Ich verkaufte Zweifelzocken. Ach man, immer noch eine Sequenz. Ich geh noch mal gucken. Nee, die gucken jetzt für uns. Oh, jetzt. Oh, jetzt endlich. Endlich. Nein, 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 nein. Oh, ich bin wieder. Ja, ich bin wieder Ashley. Ashley, Ashley, Ashley. Untersuchen. Nein, 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 nein. Nein, weg. Nein. Nein. Das untersuche ich hier. Ja. Die ist auch geschreibtisch. So, nehme ich halt den. Ja, Opfer. Oh, den nehme ich auch. Geheimnis gefunden. Es sieht aber da vorne nicht aus wie so ein Schreibtisch, sondern eher wie so ein Tisch, wo du irgendwas reparierst, wie bei Grounded oder so. Die Werkbank. Oh, schön. Hat eben so ein bisschen das Vieh gezeichnet. Dieser Vollidiot. Warum hat er das getan? Ja, das frage ich mich auch. Aber das hat jetzt was hier mit, äh, hier, äh, tötet den Menschen, pflanzt und noch Parasiten rein und so. Das hat ja echt was von Alien. Ja. Oh, die wurden ja nicht immer getötet. Das hat ja dann der Parasit gemacht. Glauben, weinen auch. Auch ein Zettelchen. Eine Bestellung? Was hast du denn da? Das Tagebuch schmissiert, scheiße, scheiße. Was hält die denn da? Oder hast du diesen Progenlampen, Brecht, Stahl, Blasmassen? Nein! Ach, du grüne Neune. Was denn? Ja, warte. Scheiße. Da geht's ja weiter. Hier hinten war noch was. Bei dem Typen. Mit seinem Bein. Du brauchst dich da gar nicht um dein Bein kümmern. Du willst ihn nicht mehr. Ja, ist rechtfertig gut. Verarzte dein Bein. Ich versuche mal, die Beziehung ein bisschen zu verbessern. Ja, genau. Bring die mal wieder zusammen da. Ich liebe dich nicht mal, wir können doch Freunde bleiben. Na, ist das wirklich eine Option? Die beste Aussage, ja. Wie steht immer, ich kann mit irgendeinem reden hier, bevor es weitergeht? Was ist denn hier noch so? Na klar. Reden wir über den Sprengstoff. Was denkst du? Wir können doch noch Freunde bleiben. Oh, Noten. Das ist aber was für mich hier. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Musikalische Geschichten von den Kreaturen? Wir sind in den Tagen der Dinosaurier durch die Luft geblieben. Steinplatte. Feuerzeug. Und alles explodiert. Sternekonzentration. Ketos von der Erde ausgesehen. Kamen sie von dort und haben... Wow. Sag ich ja. Ich glaube, das war eine... Weiß ich nicht. War die Plötter so? Geh doch mal weg. Du stellst dich aber auch im Weg, ey. Also du hast ja wirklich nur so einen kleinen Zentimeter, wo du durch kannst. Ja. Ist das nicht Salims Feuerzeug gewesen? Mhm. Hä? Das ist von Devil in Me. Mhm. Sehr witzig. Das ist schon mal ein Vorteil. Vor... 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 Vor allem für ein Dingsteil. Ja, aber da will den Mieter mir dann... Ich weiß nicht, was ist denn das hier? Das ist auch schon ein bisschen älter. Ja, ja. Die wussten das schon. Ja, ja. Also die wussten auch schon die Storys dafür. Die wussten schon beim ersten Teil für alle vier Teile grob die Storys. Ja. Ich hab ihn jetzt nochmal zusammengeschissen, ja. So. Nächstes Jahr soll ja noch einer kommen, aber der soll anders heißen irgendwie. Aber... Ich glaube... Das soll ja was im Weltraum sein. Ja, ich glaube nicht, dass ich wieder spielen werde. Ganz viele haben das gesagt. Die haben das gesehen, haben gesagt, boah, Weltallzeit. Hi-Fi spiele ich nicht. Ja, das... Nee, das ist... Das streckt jetzt erstmal der Tor total ab. Auch The Quarry oder wie das heißt. Das ist ja auch ähnlich wie das hier. Das werde ich auch nicht spielen. Das ist... Okay. Ja, das ist so... Oh, das geht eh los. Ist zu wenig zu machen. Ist sie vielleicht schwanger? Ja, dann fragt sich nur von wem. Von wem den fünf Leuten hier. Wahrscheinlich von dem Schwatten. Schwatten. Von den Dunkelhäutigen. Ja, Dunkelhäutigen. Ich kann ja sagen von den Franzosen. Ja, aber das ist doch auch mit diesen Runkelklicken da, Zen. Töne können Übelkeit verursachen. Ach so, okay. Ja, stimmt. Tatsächlich. Habe ich auch schon von mir gesagt. Ja, die rufen über die Feuerwehr. Dem Tagebuch nach hatte das Gerät nur eine einzige Tonleiter. Mary hatte es sich allein angesehen. Es könnte eine weitere geben. Ich brauche deine Hilfe. Was kann ich tun? Diese Konsole muss von zwei Personen bedient werden. Aber gut. Ja, aber für... Also, Originalpreis ist mir auch einfach viel zu hoch. Da, 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 da. Und let's go. La, 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 la. Hä? Und was soll ich denn da machen? Hä? Ach so, ich muss das hin und her bewegen. Also, hä, was will das Spiel von mir? Ich muss jetzt mal hoch und runter und links und rechts hier swipen. Ja, irgendwie bereist es dir komplett aus von mir. Ja, bei mir genauso. Wir stecken da einfach unser Finger rein, ey. Was machen die denn da? Die machen Musik. Aber falsch. Ich dreh die im Kreis und er macht aber nicht im Kreis. Okay, warte. Bei mir sagt er immer, ich soll hoch und runter, links und rechts machen. Jetzt? Ist das affisch? Keine Ahnung. Ist das richtig, was wir hier machen? Ich mach das so, wie er mir das sagt. Im Kreis drehen bringt nichts. Dieseselbe Song nochmal. Hoch, runter, links, rechts, hoch, runter. Na, ist nicht so nervig. Mach doch jetzt. Also, meine dreht immer im Kreis. Die richtige Position müssen wir finden. Aha. Wie finde ich denn die richtige Position? Jetzt hebt sie ihre Finger die ganze Zeit an. Ich soll ja die richtige Position finden. Dann muss ich ja irgendwo aufhören, ne? Gute ist, sie macht auch mit der Hand weiter, wenn ich nichts mache. Ich weiß doch gar nicht, wer von uns wem bewegt, weil ich sehe ja auch dasselbe Bild wie du. Ich bewege unten. Nee. Ich bewege unten. Ach so, dann bewege ich oben. Sehr gut, dass wir das schon mal geklärt haben. So. Oh, irgendwas hat funktioniert. Kaum wissen wir, wer wo dreht, ist es uns schaffen was. Und ich dachte, warum bewegt ihr sich, wenn ich mich nicht bewege, weil ich bei dir geguckt habe. Chad, ich möchte darüber nichts hören. Nein, ich möchte auch keinen Fail hören, diesen. Hör auf, Bernd. Das ist unglaublich. Mary glaubte, dass die Kreaturen einst friedlich waren. Hallo, Bernd, grüß dich. Ihre Sprache war Musik. Oh, das hat ja jetzt Mika noch nicht auch gehört, ne? Wir könnten sie da nichts fühlen. Hast du das gehört, Mika? Was gerade? Das hier? Irgendwas habe ich... Hallo, Bernd, grüß dich. Ja, das höre ich. Das ist scheiße, das ist eigentlich doof. Ich glaube, Rachel kriegt Nervenzusammenbruch. Äh, irgendwas passiert mit Rachel. Oh, das ist ja nicht so schön. Oh, das ist ja nicht so schön. Das ist ja nicht so schön. Verwandelt sie sich? Sie schliefen. Oder stirbt sie gleich? Und warteten. Und zwar auf uns. Scheiße! Rachel! Ach, vielleicht passiert nur eh was, weil sie die einzige Frau da ist. Rachel? Stimmt. Das, meine Liebe, ist Karma. Shit. Rachel. Rachel, sieh mich an. Hallo, Bernd, grüß dich. Mach diesen Scheiß jetzt aus. Aber ich glaube, jetzt ist es nicht. Ich weiß nicht, wie. Wenn ich es ausstelle, auf den Links hin geht, dann hört sie es nicht. Was? Es ist... Wie geht das denn? Sie ist sogar nicht gebissen worden. In letzter Zeit vorläuft so was drin gewesen bei ihr. Aber lassen wir das. Ja, aber sie hat doch nichts gebissen. Eigentlich nicht, ne. Äh, ich glaub, sie kriegt das Hallos. Ja, moin. Sieht aus wie ne Kackpap. Hä? Unsere Erde ist doch aber nicht rund. Das ist doch eine Scheibe von unserer Erde. Warum ist unsere Erde so braun? Kapi. Sie sind abgestürzt, wa? áo���nen erschien. Warum ... Wie Söhnen aus der Verteidigung. Ah! Wa! Ah! 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 Ich mach dem Elend ein Ende. Nein. Halt sie fest, verdammt. Wir können sie noch retten. Es muss einen Weg geben, das darf nicht sein. Es geht nicht anders. Halt sie fest. Töte mich, ich versuche sie nicht. Töte mich, tut das nicht, tut das nicht. Ängstlich. Na, Koppi, was machst du? Nenn mir einen Grund, warum nicht. Hm. Ganz ehrlich, Süße, das wird nichts. Ich bin's, Jason. Bitte, lass mich leben. Ich will auf ihn schießen, ich kann auf ihn nicht schießen. Was ist denn jetzt hier los? Es geht sogar rund hier. Noch keiner gestorben. Alter, spuckst du schon aus? Nee. Die Flüssigkeit in den Kokons könnte was bringen. Fuck, ich glaube, ich weiß auch, was du hinaus willst. Wovon rede ich dir? Die Flüssigkeit hält am Leben, aber man altert nicht. Woher willst du das denn wissen? Da war ein Mann, bedeckt mit der Flüssigkeit. Und er hätte tot sein sollen. Aber er war es nicht. Diese Flüssigkeit könnte auch Rachel retten. Ist das dein Ernst? Das ist verrückt. Wir wissen nichts darüber. Es könnte die Verwandlung aufhalten. Die Kokons würden sie schützen, bis wir Hilfe holen. Die einzige Hoffnung. Nee, wo ist denn? Ja, war ja gespawnt gerade. Mach das aufhört, die will's auch. Oh-oh. Jetzt haben wir nur keinen Bock mehr zu laufen, das ist nämlich das Problem. Oh, trifft mal die Entscheidung kurz. Wir kommen zurück zu uns. Danke schön. Niemals nie. Tötet sie alle, flieht und macht es öffentlich. Die Forscher hatten schon recht, ihr dürft keins dieser Viecher am Leben lassen. Erfehlen. Alle töten. Wird gemacht. Wir töten sie alle. Wir räuchern sie aus. Wir töten sie alle und bringen sie alle nach Berlin. Tschüss. Okay. Kann sie da drinnen, also muss sie jetzt die Luft anhalten? Ich weiß es nicht. Oh, Kurs wurde aktualisiert. Die Hand. Das ist doch mal ein guter Hänger. Ich muss schon wieder auf die Toilette. Schon wieder? Ja. Was? Ich trinke zu viel. Okay, mach mal. Bis gleich. Jawollski. Die Hand. Die Hand. Der St España. Die Hand. Die Hand. Die Hand. Vielen Dank.